So Leute, in diesem Moment entwickelt sich ein ganz bestimmtes Pattern für Bitcoin, was eine ganze Menge Leute unvorbereitet treffen wird. Wir werden uns gleich über den Katalysator unterhalten. Das, was bald für Bitcoin passieren wird, damit ihr eben vorbereitet seid. Ich habe die neuesten Updates, was die Makrodaten am Kryptomarkt angeht. In den nächsten paar Tagen passieren nämlich ein paar super wichtige Sachen. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Und wir sind auch gerade wieder einfach mal zu den 25.000 Dollar für Bitcoin aufgestiegen. Wenn ihr wissen wollt, was das für Bitcoin zu bedeuten hat, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und bevor wir jetzt loslegen, falls ihr ein Entwickler seid und beim Satoshi Stacker Team mitmachen möchtet, geht ganz oben in die Videobeschreibung und bewerbt euch einfach über diesen Link bei uns. Macht das allerdings so schnell wie möglich und jetzt lasst uns weitermachen. Wie ich bereits gesagt habe, wir haben gerade einfach mal locker wieder die 25.000 Dollar für Bitcoin erreicht. Wir sind wieder auf 24.900 gesunken. Wir versuchen allerdings immer wieder hier durch diese 25.000 Dollar durchzubrechen. Und wenn man sich mal die orangenen Linie anschaut, sieht man, wir sind momentan darüber und das ist der Schlüssel. Schaut mal, wie oft wir versucht haben, da durchzubrechen und es nicht geschafft haben. Wir hatten ein kleines Fake-Out. Dann haben wir es geschafft, erst einmal zwei Kerzen über dieser orangenen Linie zu etablieren. Wir hatten hier versucht, also die Bullen haben versucht, uns weiter darüber zu halten und wir sind auch immer noch über der orangenen Linie. Das ist schon mal gut für Bitcoin, ein Schlüssellevel bei 25.000 Dollar. Und wie ich bereits gesagt habe, wenn man sich einfach mal die Preisbewegung anschaut, ganz ehrlich, das sieht danach aus, als wollte der Kurs weiter nach oben steigen. Und wenn man sich mal dieses kleine Pattern anschaut, das sich gerade bildet, dann kann man sehen, wir machen die ganze Zeit aufeinander folgende Higher Lows. Wir quetschen uns innerhalb dieses nach oben gerichtete Dreieck, was ja an und für sich genommen natürlich ein bullisches Continuation Pattern ist, wo wir oben gleich hohe Highs haben und auf der unteren Seite allerdings Higher Lows. Also die Wahrscheinlichkeit ist rein theoretisch höher, dass wir aus diesem Pattern nach oben ausbrechen, rein von der Formation her. Und das ist halt super wichtig. Wir sind einfach an einem essentiellen Punkt, weil wenn man sich auch einmal das Volumen anschaut, das historische Volumen und wir schauen uns jetzt einfach mal den VPVR auf, den Daily Chart an. Und ich will euch einfach mal erklären, was das hier überhaupt ist. Das hier, das ist die Preisbewegung von Bitcoin und zwar im Grunde genommen der gesamte letzte Bullrun. Das, was wir rechts sehen, das sind die Volumenprofile. Wie viel Volumen an einem bestimmten Preispunkt oder Preislevel getradet wurde. Und hier zum Beispiel bei rund 20.000 Dollar hatten wir eine ganze Menge Bitcoin, die die Besitzer gewechselt haben und das fungiert natürlich auch als eine Unterstützung und als ein Widerstand. Was man jetzt hier sehen kann ist, der Bereich, in den wir gerade eintreten, wenn wir es schaffen sollten, durch diese 25.000 Dollar durchzubrechen, schaut mal, der Balken zwischen 25.000 Dollar und im Grunde genommen bis zu 30.000 Dollar, da haben wir nicht allzu viel Volumen. Das bedeutet natürlich dann auch, dass der Widerstand nicht so hoch ist. Wir haben, klar, bei ungefähr 30.000 Dollar großen Widerstand. Das ist ja auch der Punkt, wo ich eine orangenen Box habe. Sollte es also zu einem großen Breakout kommen, dann haben wir nicht allzu großen Volumenwiderstand bis zum 30.000 Dollar Level. Da wollte ich unbedingt nochmal drauf hinweisen, Leute. Außerdem, wie ihr wisst, ich habe ja, oder ich nehme das mal kurz weg, damit man das auch besser sehen kann. Aber bei 30.000 Dollar habe ich dann diese orangenen Box und eigentlich startet die sogar schon bei 28.000 Dollar. Wir werden also auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Sollten wir in der Lage dazu sein, ganz klar nach oben zu durchbrechen, dann haben wir nicht allzu viel Widerstand. Klar, wir haben den bei 26.500, aber was das Volumen angeht, da haben wir nicht allzu viel Widerstand. Ich werde euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden halten. Und haben wir jetzt noch irgendwie eine weitere Sache, die ein Katalysator dafür sein könnte, dass wir es doch schaffen, nicht nur den Widerstand bei 25.000 Dollar zu durchbrechen, sondern auch natürlich durch das Dreieckspetter, was ich euch gezeigt habe. Und tatsächlich haben wir noch die traditionellen Märkte, die bei den Futures-Märkten zumindest ein bisschen nach unten gegangen sind. Allerdings werden ja heute später noch die regulären Märkte öffnen. Sollten wir da einen Push nach oben sehen, dann könnte genau das das sein, was wir brauchen, um natürlich einmal das Dreieckspattern für Bitcoin, was ich euch vorhin gezeigt habe, zu durchbrechen. Und auch diese orangene Linie, diese wichtige, also wir sind zwar momentan überall diese orangene Linie, aber dass wir auch weiterhin über dieser Linie bleiben und ganz klar dieses Level durchqueren können. Wir werden das also definitiv weiter im Auge behalten. Das ist ein Schlüsselmoment für Bitcoin. Und tatsächlich könnte ein Katalysator für das Breakout für Bitcoin die traditionellen Märkte sein. Abgesehen davon haben wir natürlich diese Woche noch weitere wichtige Ereignisse. Wir haben morgen das FOMC Minutes Meeting, was wir natürlich wie ein Falko beobachten werden. Wir werden abwarten, was Jerome Powell sagen wird. Und genau das Gleiche werden die Märkte auch machen. Die Märkte werden sich ganz genau anschauen und anhören, was er zu sagen hat und entsprechend reagieren. Das ist also ein weiterer potenzieller Katalysator für ein Pump nach oben. Und denkt dran, wir haben bis wir zu den 28.800 Dollar nicht allzu viel Volumenwiderstand. Und noch eine weitere Sache. Sollte es aus irgendeinem Grund ein Pullback geben, dann bleibt mein Plan intakt. Mein Plan bleibt immer noch, dass ich meine Bots am Laufen halte, weil wie ihr wisst, die machen momentan richtig schöne Gewinne. Und selbst wenn wir nochmal auf 22.500 Dollar fallen sollten, also falls es einen großen Pullback gibt, dann werde ich in eine schöne dicke Long einsteigen. Also Leute, freut ihr euch auf jeden Fall schon mal darauf. Und abgesehen davon gibt es News von Andrew. Und dieser Typ hat bei so vielen verschiedenen Sachen in der Vergangenheit recht gehabt. Er war der erste, der die Leute vor den ganzen BUSD Sachen gewarnt hat. Also das mit der ganzen Stablecoin-Regulation. Und er hat einfach meistens mehr Recht als Unrecht. Was er jetzt auf jeden Fall sagt, ist, dass der Grayscale Bitcoin Trust tatsächlich in einen Spot Bitcoin ETF umgewandelt werden könnte. Was eine Riesensache wäre, weil Grayscale, ihr wisst ja, der Trust wird in einen massiven Discount, einem riesen Rabatt getradet. Und wenn das in einen Grayscale ETF umgewandelt werden würde, dann würde dieser Rabatt wahrscheinlich direkt wegfallen. Was natürlich bedeutet, ja, eventuell wird einiges von dem FUD weggehen, diese ganzen Bedenken, die mit Grayscale gerade da sind, dass die verschwinden und wir einen gesünderen Markt in diesem Sinne haben könnten. Außerdem wäre es der erste Spot Bitcoin ETF, was auch eine Riesensache wäre, was natürlich auch wiederum ein Katalysator für Bitcoin sein könnte, um weiter nach oben zu gehen. Wir werden das also weiter im Auge behalten, doch ich gebe euch jetzt schon einmal diese Vorwarnung, was allerdings noch nicht bestätigt worden ist. Aber, wie gesagt, meistens hat er recht, eher als unrecht. Und wie sieht mein Plan mit den Bots aus? Wie ihr wisst, die Range für die Bots, die ist ja bei 24.870, einmal auf OKX und auch auf BitGet. Und erinnert ihr euch daran, dass dieser Bot ja ein Long-Bot ist? Was bedeutet, dass er immer nur long geht? Er wird niemals short gehen. Und das wiederum bedeutet, sollte auch eine Fortsetzung nach oben kommen, werden wir trotzdem weitere Gewinne machen. Aber er wird halt einfach nicht mehr verkaufen und kaufen, weil die Range, die wir festgelegt haben, war diese Range hier. Wir müssten das dann anpassen, aber fürs Erste lasst uns einfach ein Auge darauf werfen, ob es vielleicht zu einem Pullback kommt. Und dann wird der Bot natürlich weiter seine Arbeit machen, unten kaufen und oben verkaufen. Sollte es allerdings zu einem größeren Pump kommt, werde ich natürlich handeln und die Range ein bisschen für diesen Bot anpassen. Ich werde euch allerdings natürlich wie immer darüber auf dem Laufenden halten, deshalb abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das nicht verpassen wollt. Und wie immer, falls ihr das Ganze traden möchtet und die Bots selber verwenden wollt, dann geht in die Videobeschreibung und dann könnt ihr auf OKX bis zu 50.000 Dollar ein Einzahlungsboni bekommen und natürlich auch direkt diesen Bot benutzen. Im Grunde genommen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Wie immer, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like unter Kommentar da, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.